So, willkommen zu Tag 3 der Schatzsuche auf Cayo Perico, wo ihr die Schatztruhen finden müsst. Wie gesagt, zwei pro Tag. Die erste habe ich gerade verkackt bei der Aufnahme. Die befindet sich aber hier vor dieser kleinen Insel. Und da müsst ihr in der Stelle einfach runtertauchen. Und die zweite befindet sich direkt vor El Rubius Anwesen, also vor diesem Zaun da. Beides relativ easy die Lokation. Ich habe euch die auch auf der Map gezeigt, wo die sind. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen erkundigt. Und zwar, anscheinend ist es so, wenn man bis zum 6. Januar 5 oder mehr Kisten findet, dann bekommt man zusätzlich noch 100.000. Und ja, das passt auch mit dem überein, was ihr bei den Auszeichnungen findet. Weil heute nach der 5. Auszeichnung, wenn man auf der 5. Schatztruhe, kam dann schon eine Auszeichnung. Und ja, das war es mit dem nächsten Schatzsuche wieder dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017